herzlich willkommen zu einer weiteren folge meiner kleinen just cause 3 wie auch immer serie just cause 3 adventures mit michael ja also wir chillen hier rum ich mache nicht so extrem verrückte sachen wie es im netz gibt also klar gibt ich kenne die videos auch wo die leute irgendwie aus den autos so feuerwerkskörper bauen und die kilometerweit in die luft sprengen und so weiter nein das passiert hier nicht maximal werden wir ein paar von diesen herausforderungen spielen heute ist die just cruising folge dran also wir fahren durch die gegend wobei da durchaus also jetzt mit einem auto das könnte ein bmw sein ist aber natürlich nicht weil ich nehme mal sie haben nicht die lizenzrechte gekauft was auch sinnvoll ist wenn man so ein empfangreiches open world spiel macht dass man da nicht sich irgendwelche auto lizenzrechte kauft also wir fahren durch die gegend hier habe ich gerade vorher eine militärbasis entfernt sagen wir es mal freundlich oder befriedet je nachdem wie ihr wollt und fahr hier durch die gegend um die die jetzt zu erkunden vorher ging das nicht man wurde quasi unentwegt beschossen und jetzt geht das aber und ziel soll es sein ein paar lustige sachen zu machen also zb auf dem autodach stehend das auto über eine sprungschanze zu fahren das ehrlich gesagt ist der komplizierteste stand heute ansonsten gucken wir uns einfach die gegend an hier war die basis in so einer großen noch offen nach oben und ich suche ehrlich gesagt gerade die sprungschanze ich glaube ich habe sie jetzt gefunden bin mir aber auch nicht mehr sicher hier nicht hier ist eine große brücke genau die sprungschanze ist weiter oben also müssen wir da gleich mal wenden zumal da noch so ein doppler radar steht ich weiß gar nicht ob ich das nicht zerstört habe oder ob das jetzt der rebellion gehört da wurde gerade noch ein hubschrauber abgeschossen da oben hat man vielleicht noch gesehen so am bildschirmrand ich habe so inzwischen so ein mod installiert dass wenn man wenn ein auto wenn ich an einem auto vorbeikomme das noch nicht in der garage hat dann gibt es so ein akustisches signal das ist das gepiepe anbauern das auto habe ich zum beispiel schon in der garage deswegen gibt es da nicht hier war hier sind wir eben auch rausgekommen schon aber jetzt muss man da nämlich links da hoch das war der witz kleiner pro tipp obwohl so groß ist ja gar nicht wenn man noch diese militärbasen befreit als erstes die raketen abwehrstellungen hätten das kann einem sehr helfen wenn man sozusagen aus der luft nicht mehr angegriffen werden kann deswegen ist das immer das ziel die als erstes da die links dazu wenn diese blau leuchten gehören die mir und dann können da so viele hubies kommen wie wollen so lange die auf meiner seite sind habe ich da eigentlich wenig zu befürchten aber jetzt sowieso nicht weil das gebiet ja inzwischen komplett befriedet ist da ist die sprungschanze gut dann anlauf nehmen leider muss dann glaube ich dieses schöne auto dran glauben da hinten übrigens dass die hauptinsel sieht man eine wunderbare großstadt da freue ich mich schon sehr drauf da auch einzufallen uns mal freundlich auszudrücken noch ein stück zurück hat ein bisschen was von james bond so okay noch ein stück obwohl die ja so ist es ganz klar doch immer ein stück stück mehr anlauf und dann geht es jetzt auf die sprungschanze und dann hüpfen wir aus dem auto hinaus ja es tut mir leid das auto musste dran glauben aber wie gesagt sonst war ja nicht viel kaputt während dieses kleinen let's plays man kann brücken habe ich schon gesagt man kann brücken weg sprengen das wäre in diesem fall kontraproduktiv so jetzt hänge ich mich mal hinter so ein paar autos in meinem fallschirm ich glaube aber dazu muss man tatsächlich erstmal unten landen oder sich irgendwo drauf stellen auf jeden fall man darf den fallschirm soweit ich weiß nicht geöffnet haben naja sehen das sehen wir gleich da kommt ein schickes auto da hängen wir uns mal dran nicht an die straße aber egal alles befreit von mir schon hier die gegend nehmen wir den kleinen blauen geht auch nehmen den als beschleunigung eigentlich wollte ich den braunen da haben genau auch lustig die autos so von oben und jetzt können wir auch die theorie überprüfen ich hatte ja vermutet dass die autos nur so immer da spawnen wo ich gerade bin und sonst wieder verschwinden das können wir jetzt einmal überprüfen ob die autos weiterfahren oder sich dann irgendwann in luft auflösen um speicher zu sparen wir hängen uns da jetzt mal dran nicht an das schild egal jetzt sind wir am boden jetzt können wir uns richtig an das auto ranhängen nur treffen zack und feuer ich lege mich doch nicht mit einem bewaffneten mann an nein ich sag nichts was machen sie da oben ich stehe auf ihrem auto lass mich fahren wenn man jetzt ins fahrzeug einsteigt schmeißt man den fahrer raus das möchte ich aber gar nicht will einfach lass mich schön kutschieren durch die gegend wie gesagt hier geht es ja nur um chilliges in diesem let's play und nicht um action wer action will kann andere let's play gucken oder sich das spiel auch mal kaufen da ist wirklich action genug jetzt gucken wir uns entspannt die gegend an also ich finde diese ich habe ja die vermutung geäußert und ich glaube das ist auch so dieses ganze island ist vulkanischen ursprungs weil das alles so komische tunnel sind und so so bimstein artige höhlen ich glaube das hat vulkanischen ursprung ist vulkanischen ursprungs hat und ist ab und zu da diese grünen punkte das sind begegnungen da muss man leuten entweder helfen hätt ich machen können einfach drauf springen den fahrer rausschmeißen und schon wäre es passiert aber wie gesagt darum geht es ja hier nicht in diesem let's play aber immer diese grünen punkte sind begegnungen mit anderen entweder zivilpersonen oder rebellen und dafür gibt es bonus punkte beziehungsweise man kann sogenannte priester freischalten die dann in den klöstern auftauchen und das wiederum hat zur folge wenn man eine hohe alarmstufe hat und die einfach nicht los wird ähm dann kann man bei denen die alarmstufe zurücksetzen wie es da jetzt auch rechts steht weil meine rebellenfreunde haben das für mich erledigt mit dem wagen ich musste gar nichts tun das finde ich sehr nett dass die ki in dem spiel dinge auch für mich erledigt wirklich eine mordshöhle das soll also offensichtlich an natur ein natürlich gewachsener tunnel sein so wir machen kurz pause an der laterne und greifen uns dann wieder das auto das glaubt mir kein mensch so und so kann man sich kutschieren lassen durch die welt von just cause 3 ich glaube am ende ich habe ja gesagt die autos spawnen irgendwie die autos spawnen und verschwinden dann wieder aber ich glaube wenn man sie tatsächlich wenn man auf ihnen steht so wie ich jetzt gerade dann spawnen sie nicht ich könnte jetzt auf das andere auto springen aber warum genießen wir ein bisschen die rundfahrt durch mittagliche durch die mit über die mittagliche insel und freuen uns dass es schön locker und langsam vorangeht aber man muss ja auch mal entschleunigen es muss nicht immer alles so hektisch und schnell gehen kann man schön durch die gegend fahren übrigens achtung diese insel ist noch nicht komplett von mir befreit das heißt da sind auch noch das werden wir jetzt mal ausprobieren auf dieser das ist ein durchaus feindlicher überwachungsturm ich springe trotzdem mal hoch und schon ist man im visier der obrigkeit da muss man echt aufpassen das war mir einfach zu riskant angegriffen zu werden aber auch hier man sehe jetzt ist es ihm zu blöd jetzt überholt er endlich mal aber und fährt eben auch noch hinten drauf wie gesagt ich habe damit nichts zu tun das ist die kai kann ja mal passieren da oben ist eine hubschrauber tour beziehungsweise in wirklichkeit ist das da oben der hubschrauber ist in wirklichkeit eine wingsuit tour da kann man wieder schöne punkte sammeln also man kriegt ja zahnräder für erfüllte missionen und da gibt es flugmissionen schussmissionen bomben missionen und so weiter und so weiter fahrzeug also mit fahrzeugen rennstrecken ablieferung alles auf zeit zum teil aber da gibt es eine menge was man machen kann was man auch machen sollte um einfach seine fähigkeiten zu verbessern man erhält dann zum beispiel freischaltung für bessere waffen oder natürlich auch zum beispiel kann mehr handgranaten tragen wie also das mod habe ich zum beispiel dass ich vier handgranaten tragen kann statt drei das kann im entscheidenden moment mal wichtig sein jetzt fahren wir mal bei dem weiter ich lege mich doch nicht mit einem bewaffneten mann an nein ich sag nichts ich sage mal so die sprüche sind doch sehr überschaubar der leute aber darauf kommt es ja auch nicht an immerhin komplett in deutsch also wer das mag das spiel komplett eingedeutscht ist auch nicht immer der fall ich lasse jetzt auch immer die untertitel eingeschaltet das ist glaube ich ganz gut eine ziege angefahren ist ich kann nichts dafür ich bin wie immer ich war schon meine hände wie immer in unschuld ein neuer spruch ich bin überrascht jetzt geht es wieder durch diese höhlenwelt also die insel ist doch auch überschaubar klein aber doch finde ich persönlich das könnte so könnte vielleicht gibt es sowas sogar irgendwo also das sieht auf jeden fall sehr schön aus da möchte man vielleicht tatsächlich mal hinfahren wenn da nicht die ganzen militärbasen wären ich sag mal das hindert mich daran so ein bisschen jedenfalls ansonsten ist es aber fein es soll chillig sein es ist chillig jetzt sind wir auch gleich wieder an der militärstation und dann soll es das auch für heute gewesen sein einfach mal ihr sollt ja auch alle verkehrsmittel kennenlernen und die gegend und ich werde weitere gegenden befreien und wir werden im laufe des let's plays auch noch viele sachen machen auch tauchen steht noch an boot gefahren sind wir ja schon neulich aber es kommen sicher noch andere spannende dinge und zum beispiel habe ich auch noch mal vor bergsteigen mit dem enterhaken das ist vielleicht auch noch mal eine feine sache und zwar da hinten auf den haupt berg dahinter ist sicherlich sehr hoch also nur mit dem enterhaken ausgerüstet und ich würde mal sagen an dieser stelle ist die heutige folge dann auch wieder endet und ich wünsche euch einen schönen tag und es geht natürlich weiter mit dem just cause let's play demnächst also macht's gut tschüss mach sie fertig riko hey krieg ich ein autogramm oder einen tandem sprung euch noch mal so ein wir euch noch mal so ach ich euch noch mal, euch noch mal und ich